Sie hören »Über uns der Himmel, unter uns das Meer« von Jojo Moyes, aus dem Englischen von Katharina Naumann, gelesen von Luise Helm, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Prolog Indien, 2002 Sie war aufgewacht, weil jemand zeterte. Es klang wie das aufgeregte Gekläff eines kleinen Hündchens, das noch nicht genau weiß, aus welcher Richtung die Gefahr droht. Die alte Frau hob den Kopf vom Fenster, rieb sich den Nacken, wo die Kälte der Klimaanlage tief in ihre Knochen gedrungen war, und versuchte sich aufzurichten. In den ersten verschwommenen Sekunden des Wachseins wusste sie nicht genau, wer sie war und wo sie sich befand. Sie nahm Stimmen wahr, dann konnte sie Wörter unterscheiden, die sie aus ihrem traumlosen Schlaf in die Wirklichkeit zerrten. Ich sage ja gar nicht, dass ich die Paläste nicht mag oder die Tempel. Ich sage nur, dass ich schon zwei Wochen hier bin und nicht das Gefühl habe, das wahre Indien auch nur annähernd kennengelernt zu haben. Was genau glaubst du denn, was ich bin? Das kam vom Vordersitz. Die Stimme klang leicht spöttisch. Du weißt schon, was ich meine. Ich bin Inder. Ram hier ist Inder. Nur weil ich mein halbes Leben in England verbracht habe, bin ich nicht weniger ein Inder als die Inder hier. Ach, hör doch auf, Jay, du bist nun wirklich nicht typisch. Typisch für was? Ich weiß nicht, für die Menschen, die hier leben. Der junge Mann schüttelte verständnislos den Kopf. Du willst Elendstourismus betreiben. Du willst nach Hause fahren und deinen Freunden von all den schrecklichen Dingen erzählen können, die du gesehen hast. Und alles, was wir dir geboten haben, ist Coca-Cola und eine Klimaanlage. Gelächter. Die alte Frau blinzelte und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war beinahe halb zwölf. Sie hatte fast eine Stunde geschlafen. Ihre Enkelin neben ihr beugte sich nach vorn und streckte den Kopf zwischen den Vordersitzen hindurch. Schau mal, ich will doch nur etwas sehen, das mir zeigt, wie die Menschen hier wirklich leben. Also willst du in die Elendsviertel. Vom Fahrersitz kam die Stimme von Mr. Vahela. Ich kann sie mit zu mir nach Hause nehmen, Miss Jennifer. Das wäre nämlich tatsächlich eine Elendsbehausung. Die alte Frau setzte sich auf und warf einen Blick in den Rückspiegel. Ihre Haare waren auf einer Seite ganz platt gedrückt und der Kragen hatte eine tiefe rote Delle in ihrer blassen Haut hinterlassen. Jennifer schaute sich um. Geht's dir gut, Großmama? Alles gut, meine Liebe. Es tut mir leid, ich muss eingenickt sein. Dafür müssen sie sich nicht entschuldigen, sagte Mr. Vahela. Wir reiferen Mitbürger sollten uns jederzeit ausruhen dürfen, wenn wir das Bedürfnis danach verspüren. Sie mussten schon seit drei Stunden unterwegs sein. Jennifer und sie hatten sich kurzfristig entschlossen, dem dicht gedrängten Reiseplan zu entfliehen. Ihre Fahrt nach Gujarat hatte als Abenteuer begonnen. Die Eltern meines alten Freundes aus dem College, er heißt Sanjay, haben uns für ein paar Nächte eingeladen, Großmama. Sie haben ein wundervolles Haus, fast ein Palast und es ist nur ein paar Stunden entfernt und fast in einer Katastrophe geendet, weil ihr Flug gestrichen worden war und ihnen jetzt nur noch ein Tag blieb, um ihren Anschlussflug in Mumbai zu erreichen. Aber dann hatte Mrs. Singh ihren Wagen und ihren Fahrrad zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass die Ladies es rechtzeitig nach Mumbai schafften. Obwohl der Flughafen 400 Meilen entfernt lag. Sie wollen sich wohl eher nicht auf Bahnhöfen aufhalten, hatte sie gesagt und auf Jennifers strahlend blondes Haar gedeutet. Jedenfalls nicht ohne Begleitung. Sie hatten die Schnellstraße verlassen und fuhren durch ein Elendsviertel. Überall standen Lagerhallen voller Stahlträger und Holz. Die Straße säumte eine Wand, die aus Metallstücken notdürftig zusammengeschweißt worden war, und die Fahrbahn wurde immer löchriger und zerfurchter. Der schwarze Lexus kroch buchstäblich vorwärts, und sein Motor gab ein leises, ungeduldiges Grollen von sich. Die alte Frau rutschte auf ihrem Sitz herum. Sie sehnte sich, nach etwas zu trinken und danach ihre Beine auszustrecken. »Ich sage Ihnen etwas«, sagte Sanjay. »Wir kaufen uns irgendwo ein paar Flaschen Cola und halten außerhalb der Stadt an, wo wir uns die Beine vertreten können.« »Ist das hier irgendwie eine Art Schrottplatzstadt?« Jennifer blinzelte in Richtung eines Haufens von Kühlschränken. Sanjay gab dem Fahrer ein Zeichen. »Halte hier Anrahmen, direkt vor dem Laden. Ich hole ein paar kühle Getränke.« »Wir holen ein paar kühle Getränke«, verbesserte Jennifer. Der Wagen fuhr vor den Laden. Die beiden sprangen heraus und gingen lachend auf den Laden zu, der in der brütenden Hitze lag. »Ist das hier anfühle Getränke«, das war ein paaramente профессionen. Daher ganz besonders koividades mit Ihnen zum Canals ja Carol ist das hier economy als unten. Dafür nur mit der Schedule.